Oh, lol! Hab ich gerade erschrocken. Alter, auf einmal geht mein Bild so hoch. Geh ich nein. Och, der Gegner ist... Die sind ja gar nicht da. Ich dachte so, ach ja... Wir können schon nach vorne gehen. Du hast ja auch... Na, irgendwas passt ja nicht. Ja, die sind ja gestern. Ach, hier den können wir ausmachen. Voll. Wo kann man denn hier... Man kann sicher nicht den Chat irgendwo ausmachen, oder? Ausstellen? Few Defense Heroes, no Builder, no Sniper, oder sowas mal kommt. Hätte ich nie gedacht. Warum kann man den Chat nicht ausstellen? Oder kann man das hier irgendwo... Der nur nice Phoenix drin sind. Was? Ich mach das erstmal in meine letzte Runde. Was? Alter, geiler. Nee, ist nicht drin. Ich muss gleich das Finale gucken von... Albanien gegen Frankreich. Und dann muss ich nur arbeiten. Arbeit, Arbeit. Welches Finale? Äh, die letzten Minuten. Ach so. Das spät. Übrigens Lars Reaper ist mündlich von Mercy gerettet worden. Deswegen so liegt das nahe, weil er und Soldier 76, oder Morrison, oder wie man da hieß, sind ja im Schweizer Aufkaufgabe beinahe, also beide gestorben. Also eigentlich nicht. Ich hab das nicht mitgezählt. Offiziell sind sie dabei, also offiziell ist zumindest Morrison gestorben, also Soldier. Aber Galbier Reiss ist nicht gestorben. Oder nicht aufgesteckt. Ja, als ob die mich nicht gesehen haben. Die ahnen dich nicht, wenn die... Oh, ich hab die Reign of Arrows tactic nicht gemacht. Das ist natürlich eben, dass du bist halt kein echter Hansel-Mane, ne? Die haben mich gesehen. Sie hat doch auf mich geballert. Nein, die hatten die. Oh, ich verstehe. Die hat vollkommen mit dir vorbeigegeknallt. Achtung. Ich bin tot. Ganni, Mann! Oh, ich treff die doch nicht. Stimmt, das ist auch nicht deine Aufgabe. Ist halt nur auf mich gegangen, ey. Lol, die haben zwei Soldiers. Oh, die sehen doch noch gleich aus. Das ist noch schlimmer. Alter, wie se... Ne, sehen sie nicht. Alter, ich muss gar nichts switchen von Hanzo. Das bringt nichts gegen Farah Mercy, Alter. Ja, ne. Oder vielleicht du auf Hanzo einfach nicht. Wo ist denn der... Der, unser super gute Genji? Ja... Ja, dich meine ich. Oh, ernsthaft. Oh Gott! Ey, das hau ab, Junge. Nein, ich geh grad noch rein. Scheiße. Der Soldier war die Sari aus dem letzten Game. Der eine Soldier war das. Ich fuck die jetzt ab. Na egal, jetzt kann mein Team regeln. Ja. 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 Nice. Wo bin ich? Was bin ich? Wo bin ich? Wo sind die Gegner? Gut. Hier oben stand doch gerade... Meiner. Oh je. Oh je. Dieses Potential. Soldier links. Soldier down. Der andere Soldier ist low und wird gehealt. Ja, treibt's. Rüstung, Leute. Rüstung. Hier unten ist Rüstung. Genji unter mir. Innen hier. Rüstung, Leute. Hier hinten ist Rüstung. Rüstung, Leute. Rüstung, Leute. Rüstung. Jojo, ich war mit dem Weg. Wo bist du? Wo? Wo? Wo denn? Wo ist die Rüstung? Ja, die habt ihr alle aufgehoben dahinten. Wo? Wo denn? Ach ja. Wo ist die Rüstung? Ja, die habt ihr alle aufgehoben dahinten. An der Karre spielt Rüstung. An der Karre Rüstung für alle. Ah, an der Karre. Farrah, Achtung. Die Farrah ist richtig low. Ja. Immer noch. Ja, der ist etwas weit drin. Ja, ja, ja. Aber ich überlebt das. Du musst dich nicht so weit. Holy shit. Endo und Genji. Die Dicke wird relativ weit vorne fühlen. Jo, ich muss den langen Weg nur laufen, dann bin ich gleich wieder da. Steps. Farrah hinter euch. Guck. Ich hab dich irgendwie gesehen. Wohohohoho. Wer ganz echt hoch kann ich helfen. Nice. Aber die sind perfekt. Melee einfach. Ja. Hinter euch ist Lucian. Guckt mal kurz nach hinten. Ist gleich gefroren. Jetzt. Ja. Nein. Ich darf nicht gehen. Uh, da dachte ich kann auch raus. Shit. Ja, hier läuft wieder hinter euch. Das ist egal. Danke. Hallo, Hattel. Hier unten im Darm, wo mein Geschütz ist, mit dem Marustrum drin. Blitzracer haben sie jetzt. Komm, die sind... Du spielst eigentlich, musst du halt zu tun. Ah, die wäre schon ganz schön. Hm. Hier stirbt hier keiner weg. Hm. Lars dreht sich dann noch auf dem Payload. Wißt du, ich sag ja, da muss unser Genji kommen. Und schon machst du das Play of the Game. Ich hab halt echt nichts gemacht. Klar, hier mit meinem Sofort-Sichter-Sofort. Das war doch schon gar nicht so scheiße. Das sind die Genjis, weißt du? Das sind die Genjis.